Hey Jungs, Challenge. Ich zum Lieder fuhr und wer es nicht errät, fliegt ins Wasser. Okay, aber bitte nicht so schwer. Mal aufstellen, bitte. Das ist das einfachste überhaupt. Muss man den Namen kennen? Ja, dann bin ich raus. Ich kenne den Namen nicht. Er fängt doch an. Ich kenne das Lied, aber ich kenne den Namen nicht. Eine Person ist dran. Raphael fängt an. Nein, der Jüngste fängt an. Okay, also aufgepasst. Ich kenne den Namen nicht.